Neue Liga, neuer Hoffnungsträger. Benjamin Kaufholz soll dank seiner Drittliga-Erfahrung bei der SG Mannheim einschlagen. Die Mitspieler hat er schon überzeugt, auf Anhieb haben sie ihn zum Kapitän gewählt. Ich war tatsächlich selber auch sehr überrascht. Bin es aber, muss ich sagen, nicht alleine, sondern wir haben eine Kooperation, sozusagen Gemeinschaft aus Kapitän, der Marcel Maringer und ich zusammen. Weil er schon länger da ist und ich als Neuer und ich glaube, so funktioniert das ganz gut. Ob das so ist, davon können sich die Fans am Sonntag selbst überzeugen. Bei der Saisoneröffnung gegen Tübingen sollen gleich die ersten Punkte her. Hauptsächlich kommt es auf den Einsatz an, den wir zeigen von Anfang an. Wir müssen zeigen, dass wir in der Liga stehen können und mit 40 Minuten da mitspielen können. Wir haben in der Vorbereitung viele Spiele gehabt, bei denen wir natürlich unsere Höhen und Tiefen hatten, wie es immer ist in der Vorbereitung. Und da konnten wir im Training weiter daran arbeiten und auf jeden Fall denke ich, dass es am Sonntag gut für uns aussieht. Auch weil der 29-Jährige, der aus Karlsruhe kam, als Spezialist von der Dreierlinie gilt. Trainer Peter Eberhardt hat aber noch mehr Vorzüge entdeckt. Ich denke, es zeichnet ihn aus, dass er extrem gut mit der Mannschaft kommunizieren kann, dass man ihm seine Erfahrungen auf dem Feld anmerken kann und dass er ein absoluter Teamplayer ist. Ein Spieler von Kaufholz-Kaliber reicht aber noch nicht, um die Liga aufzumischen. Deswegen gilt in der ersten Saison in der vierten Liga nur eines. Wir denken nur im Moment an den Klassenerhalt. Ich denke, als Aufsteiger, der jetzt seine Mannschaft verändert hat und ohne Profis agiert, wäre das auch einfach jetzt, denke ich, ein falsches Ziel, wenn man da gleich oben angreifen will. Am Sonntag will Benjamin Kaufholz das beweisen. Gelingt das, dann dürfen die Mannheimer ihren Trainer am Saisonende vielleicht wieder auf Händen tragen.